Willkommen zurück zu ein bisschen Dead by Daylight. Ist lange her. Ich habe keine Ahnung wie ich nehmen soll. Mit Jimmy habe ich ein bisschen wieder gezockt, gestern und vorgestern. Habe ich immer mit der gegammelt. Wir gehen einfach mal rein. Packet! Da gibt es so einen Killer. Wie heißt der Hohen? Hohen Pisser? Das ist so ein Typ mit so Blitzen als Fähigkeit. Keine Ahnung. Und der tut dich übelst psychomachen und dann siehst du überall seine Klone und blickst nichts mehr durch. Der Shit ist doch broken, Leute. Das war ungelogen. Der Shit ist broken. Okidoki. Oh ja. Wir sind ja alle auf einem Haufen. So, ich weiß, dass wenn man rennt, hinterlässt man Blutspuren. Das habe ich schon geblickt. Sollen wir hier gleich Generator reparieren? Fuck it. Wer der Killer ist? Weiß ich jetzt noch nicht. Oh nein, Leute. Von dem habe ich geredet. Von diesem Pisser habe ich geredet. Jetzt habe ich so broken. Ja. Ah! Ja, ja. Mhm. Wie wird man den los? Das ist jetzt so broken. Fleck mich. Ah. den meine ich jetzt mal ungelogen der macht dich im kopf ganz scheiße und dann blickst du nichts mehr wie hänge ich gar nicht dran hätte kannst du einfach runter du hängst da nicht mal dran da kann mein team macht das gut mein team macht direkt generatoren sonst haben schirm und dich immer so ein team das macht irgendwie gar nichts so der killer verfolgt uns eine minute lang und die war nichts genau aber nice ich habe auf jeden fall gutes team danke bruder ehre ja nicht vielleicht nicht jetzt mach oder mach nicht thank you ich habe ein stabiles team guck der hat uns wieder geht das über die ganze map einfach ich meine keiner kann ja die fähigkeit über die ganze map bewenden so dass wir so ein bisschen gar geil im kopf werden ich weiß nicht wo er ist ok die tussi haben die schon gerettet zwei generatoren sind schon fertig wo ist denn der soll mal einen finden wie schnell haben die eigentlich zwei gemacht also respekt okay die eine hängt ach leck mich ganz ehrlich kann ich hier oben auch ganz mal ich schaue einfach im spiel wie der heißt ich schaue einfach im spiel wie der heißt ich habe eine liste mit namen gesucht und denke ich so warum gibt es denn hier nicht mal eine liste mit namen ich glaube ich glaube der ist abgelenkt und da gibt es da ja so totems was bringen die wenn man die kaputt macht die geben dir auf jeden fall erfahrungspunkte und das ist irgendwas gegen den gegen den killer aber was genau ist das oder so ich glaube da hat er wischen oder sowas weiß nicht gute frage bringt die bitte nicht zu mir bruder Oh jeh, der Natsunset Hopp, ich mach den Generalator weiter Das ist jetzt so ein Bastard, Alter, jetzt mal ein Witz Der Typ ist halt wirklich entnacht Der Doktor heißt der Ah, leck mich Schwierigkeitsgrad schwer Ja Du kannst nämlich mal, Bruder Haha, ich glaub's ja nicht Kann doch jemand einen Generalator machen Verpiss dich, Digga God, ich hasse dich Natürlich ist da direkt ein Haken Ich glaube, ich muss mehr Slalom laufen, wenn ich abhaue Ich bin tot Tal der Qual Ich hab das Tal der Qual Ich hab das Tal der Qual Ich hab das Tal der Qual Tal der Qual So Okay, hier ist direkt das Tor Ach, wir spawnen wahrscheinlich immer am Tor direkt, oder? Kann das sein? Ich weiß gar nicht Ich glaub nicht Ich glaub nicht Ich hab nen Generator gefunden Mhm Ich find's geil, hier auf diesen Feldern sieht man wenigstens auch diese Dingslichter, dass man sieht, okay das ist ein Generator Ja übel, Alter Sonst bei anderen Maps Ja Ich denk, wo sind diese Scheiß-Generator Kann das man Okay, es scheint nicht dieser Motherfucker zu sein, der hätte uns auf jeden Fall schon gefickt Ja, 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 glaub ich auch Uh, großartiger Fähigkeitscheck Hm 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 Der ist gleich fertig Das ist geil mit dem Reparatur-Kit Ja, Mann Das geht so schnell Richtig schnell Das geht so easy Ja, Mann Bäm Motherfucker Bäm Das ist aber Michael Myers Uh Was ist da explodiert, oder was war das? Ich hab keine Ahnung Keine Ahnung Aber dieser Sound war auf jeden Fall Michael Myers Ja, aber wir haben den Michael Myers Sound letztes Mal auch gehört und dann war's der eigentlich Ja, aber da war's die Ja, doch, ist Michael Myers Ist Michael Myers Ah, verdammt 100% Weil der hat mich grad gefokust Ähm, letztes Mal haben wir die Mucke gehört, weil das denn sein Dings war, gleich ganz am Anfang Seine Map Ja Ah, gut Aber diesmal hab ich's erst gehört, weil Ah, da ist er, da ist er, da ist er Hm Ah, ich hab einen Generator gefunden Ich auch Ich kenn zu dem Nein Aber diesmal hab ich gemerkt, wie der mich anvisiert hat und dann diese, diese Ding Ich hab direkt, bei mir stand gefährdet und hat da hingezeigt Mhm, ja Der hat grad den anderen, äh, und bringt ihn grad zu irgendeinem Dings Ich versuch den gleich zu retten Leck mich am Arsch Nein, fick mein Leben Wo ist der? Der kommt, von rechts Mhm, der geht zu dem Generator Wie hast du mich gesehen? Das kann gar nicht sein Stück Scheiße Wie ist der? Der ist wieder unsichtbar Ach, der ist hier Ach shit, der ist immer noch da, Digga, what the fuck Lass mich ihn retten, du und Ich brauch die Punkte Ja, nimm Ich brauch die Punkte Ich brauch das Weg hier, Bruder Hörn Scheiße Ach, der Generator war da hinten Äh, bei den Feldern War einer Mhm, ich seh ihn Okay, der hat die nächste geknallt Mhm Oh, der ist hier in der Nähe Ich geh sie retten Bist du an dem Generator dran? Ja Okay Okay, der ist hier daneben Ja Ich, ich hör nichts Ist er bei dir? Ja Okay Hau weg zu den, komm zu mir Dass ich dich heilen kann Der ist noch bei mir Okay Nein Peace Fresse Was? Ach, der kann mich ja one-shotten Ja, hab ich vergessen Uff Ja, der kann one-shotten Bist du direkt schon tot, oder? Ne, ne Aber halt Mit einem Dings Kann der dich auf den Boden halten Okay Okay Ich bin jetzt genau bei euch in der Nähe Ja, genau Der campt den Generator ab Okay, geht jetzt Richtung Süden weiter Kann ich dich holen, komm? Ich bin direkt bei dir Ja, kannst mich holen, komm Ja, der ist in der anderen Richtung Kommt Geht jetzt nach rechts hinten Genau Und kommt jetzt wieder zu uns Der hat uns gesehen Der red me hinterher, Bruder Mhm Okay, der hat mich Mhm Ich bin hier, hinter dir Mhm Warte da einfach Ich glaub nicht, dass er weiß, wo du bist Mhm Der kommt zu dir Ja, klar hast du mich gesehen Das macht überhaupt keinen Sinn Das macht überhaupt keinen Sinn Ja Was machen denn unsere anderen beiden? Ja, nichts, wie immer WTF Kann ich mich selbst halten? Okay Der eine ist auf jeden Fall am Generator Okay Okay Der hat einen fertig Ach der ist bei dir, Bro, ne? Okay, die retten Ne, du bist das Ich weiß gar nicht mal, wer du bist Hier, die Bims Nice Die erjagt die andere Garde Ich verpiss mich jetzt hier Okay Komm mit, ich halte dich Ach fuck, die Raben Haben uns verraten Scheiße Komm hier Der hat die andere jetzt Ich komm zu heute Ja, der ist auf jeden Fall 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 Manchmal denke ich mir halt Alter, wie haben die einen gesehen, weißt? Ja Okay Wir teilen uns am besten wieder auf, oder? Ah, hier ist der nächste Ah, der ist bei mir hier, Bruder? Mhm Der ist am Haus in der Nähe Der ist da rein Ja, wir reparieren gleich direkt den nächsten Der hat die nächste Der hat die nächste Ich komm zu euch, Digi Wir rasieren das kurz weg, bis der kommt Ja Hauptsache Ist die dann tot? Nein, ne? Ich glaub nicht Ich glaub nicht Okay Dann rette ich die direkt, dann hab ich meine Punkte Mhm Shittabil Oh nice Das Das dürfte es gewesen sein Ja Stabil Oh, der ist hier Rennt er dir hinterher? Ja 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 Okay Okay, der rennt euch hinterher Der weiß nicht, dass ich mich heilen kann Okay Sehr gut Ich rette die andere Der ist hinter euch Oh fuck Ah, scheiße Die holt mich Okay Ich bin noch okay, also nicht so schlimm Mhm Ich muss mich jetzt auf jeden Fall, äh, halten Mhm Versteck mich hier kurz im Schrank Okay Der ist an mir vorbeigelaufen Stabil, die TUS hat mich schon geholt, Bruder Nice Der hat sich die TUS geschnappt Hier ist ein Generator bei mir Ähm Mach den Generator Ich versuche die TUS wieder zu retten Der ist direkt hier bei dem Generator Ich hoffe der hat mich nicht gesehen Hat mich nicht gesehen, ich rette die Okay, okay, super Der ist bei mir Der ist bei mir Hinter den Feldern irgendwo Ah, der hat mich gesehen Schade Fick mein Leben Ich werde sterben dann Oh goddammit Ich werde sterben dann Das ist mein drittes Mal Mhhh Was machen die anderen gerade Ja, der ist jetzt bei mir Was macht die andere, die macht einen Generator Die andere wird dich wahrscheinlich versuchen zu retten Das macht sie Aber sie ist nicht direkt tot Mhm So Wo war jetzt der Achso, hier ist der eine Generator noch Aber den campt der jetzt halt ab Fick der scheiße Hier ist der andere Generator, okay Die rennt immer noch weg von dem Die eine ist mit ihrem fast fertig 90% Scheiße, die andere liegt Mhm Ich glaube das ist das ihr drittes Mal Nice, das ist der letzte hier Jaja Ja, ihr seid die zweite noch, bitte Wirrisch Der mich jetzt sieht, bin ich tot Der mich jetzt sieht, bin ich tot Der ist bei der Tussi gerade Läuft da vorbei Der ist aber immer nicht in deiner Nähe Der ist ein bisschen weit weg von dir Die andere hat sich selbst geheilt Das ist nice Genau Und die repariert gerade den Generator, den ich angefangen habe Mhm Der kommt zu dir bitte Ja Fick mich Das ist nix Jawohl Die andere ist bei der Hälfte Mhm Irgendwo ein Fenster hier oder so Scheiße Ich finde dieses herauswinden das sau Das dauert zu lange Bei so vielen Dingern Bei so vielen Haken Die ist fast fertig Was hat denn der gemacht? Den Generator angedockt Ja, ich bin tot Ja, die ist fertig, also Aber Wie viele Generatoren waren das denn? Fünf, Bruder Immer fünf Aber ich habe ja auch noch einen gemacht, den ich hätte fertig machen können Und das wäre doch zu viel gewesen Komisch Ah shit Schade Wir haben verloren, oder? Ja Wenn die es nicht geschafft hat, warte Ja, ne, die schafft es nicht Ja Ne Schade Ah Die ist tot Schade, schade, schade Ich brauche eine Taschenlampe, Alter Ich brauche eine Taschenlampe, Alter Weil das blöde ist, wenn der dir hinterherrennt Du kannst nichts machen eigentlich Ja Außer du hast voll viele Ja Fenster oder sowas, wo du drüber kannst Aber hast du auch nicht hier Fickt euch Fickt euch Fickt euch Fickt euch Fickt euch von Herzen Fickt euch Fickt euch Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere Maximum Fakt euch Fakt euch ein A D A D A D A A A A Untertitelung des ZDF, 2020